Können Sie uns erklären und logisch herleiten, wie es vonstatten geht, wenn wir uns vom Materialismus wegbewegen, hin zur Informationssystemrealität und wie uns das dahin führt, dass Liebe die Antwort ist? Ja, also, warum ist Liebe die Antwort? Eine logische Herleitung. Okay, Liebe ist ein logischer Zustand, der die Verringerung der Entropie in einem sozialen System optimiert. Eine ganze Reihe von IEOCs, individuierten Bewusstseinseinheiten, die miteinander interagieren, sind ein soziales System. Es ist Bewusstsein, das mit Bewusstsein interagiert, richtig? Das ist es, was wir sind. In einem solchen System, nun, ich beantworte diese Frage normalerweise folgendermaßen. Lassen Sie uns ein Experiment machen. Wir haben zwei Gruppen von Menschen. Und nehmen wir an, in jeder Gruppe sind 100.000 Menschen. Die Gruppen bestehen jeweils aus ähnlichen Personen und haben ein ähnliches Niveau, ähnliche Fähigkeiten und so weiter. Im Grunde unterscheiden sie sich also nicht. Hier ist also eine Gruppe und wir werden sie die Liebesgruppe nennen. Okay, die Liebesgruppe erhält eine bestimmte Menge an Ressourcen. Eine bestimmte Menge an Raum, Werkzeug und Zeit. Wir geben ihnen, sagen wir, fünf Jahre Zeit und sehen, was sie mit den Ressourcen und der Situation, die sie haben, anfangen werden. So starten wir also. Hier sind die Ressourcen und hier sind die Leute. Schauen wir, was passiert. Zuerst in der Liebesgruppe. Wenn jemand eine gute Idee hat, was als nächstes zu tun ist, dann teilt er sie mit allen. Wenn jemand etwas erfindet, das die Arbeit leichter macht, wird es mit allen geteilt. Wenn jemand besser im Holzhacken ist, jemand anderes besser in der Kindererziehung, dann tun sie das. Sie kooperieren. Sie arbeiten zusammen. Sie teilen ihre Informationen. Sie helfen sich gegenseitig. Wenn jemand krank wird, springt ein anderer ein, um die Lücke zu füllen. Es ist ein kooperativer, fürsorglicher, liebevoller Ort, okay? Er fungiert wie eine funktionierende Familie. Jeder kümmert sich um den anderen. Sie alle versuchen, die Erfahrungen der anderen zu optimieren. Okay, man gibt ihnen zehn Jahre Zeit. Und was haben sie aufgebaut? Was haben sie getan? Was haben sie in dieser Realität erschaffen? Nehmen wir an, sie haben so und so viele Hektar Fläche und Teiche und Flüsse und Dinge. Und sie können bauen und verfügen über Baumaterialien, wissen Sie? Was bauen sie auf? Okay, hier drüben ist die andere Gruppe. Sie beginnt mit derselben Art von Menschen in der Gruppe. Das ist die auf Angst basierende Gruppe. Weil diese Gruppe auf Angst basiert, gibt es kein Vertrauen. In dieser angstbasierten Gruppe denkt jeder nur an sich. Das Ziel eines jeden ist es, so viel wie möglich zu bekommen und es dann zu schützen, damit andere es ihm nicht wegnehmen können. Sie finden heraus, dass das nur schwer zu erreichen ist. Also schließen sie sich mit anderen Leuten zusammen. Okay, lasst uns zusammenarbeiten, damit wir den anderen etwas wegnehmen können. Denn die sind alleine. Und wir sind zu zweit. Also bilden sich Banden, Gangs. Und die Gangs machen dann Jagd auf kleinere Gangs oder auf Einzelpersonen. Und schon bald tun sich die Gangs zusammen und bilden noch größere Gangs, um Beute zu machen. Es ist also wichtig, sich in größeren Gruppen zusammenzuschließen. So, dass man sich verteidigen kann und deren Sachen bekommt und seine eigenen behält. Und schließlich teilt sich die Welt auf diese Weise in eine Reihe von Gangs auf. Große Gangs. Und was ist das Endresultat? Drei Prozent der Menschen besitzen 95 Prozent aller Dinge. Und die großen Gangs bekämpfen sich gegenseitig. Klingt genau wie bei uns, nicht wahr? Das ist die Realität, in der wir leben. Ja, das kommt einem bekannt vor, oder? Okay, das ist es, wohin die Angst führt. Denn es gibt kein Vertrauen. Es gibt keine Fürsorge. Es geht nur um einen selbst. Ja, sie werden kooperieren. Aber nur so viel, wie es gut für sie selbst ist. Alles dreht sich um die Frage, was ist für mich drin? Das ist nicht sehr... Das reduziert die Entropie nicht sonderlich. Jemand erfindet etwas, er behält es für sich, weil er etwas dafür bekommen kann. Es wird nicht geteilt, es sei denn, derjenige bekommt etwas dafür. Wenn jemand etwas erfindet, das das Leben einfacher macht, gibt er es nicht weiter, sondern behält es für sich. Menschen, die etwas besitzen, wollen es nicht verlieren. Sie verstecken es und nehmen es mit. Dadurch werden diese Ressourcen dem Kreislauf entzogen, sodass es weniger davon gibt, und so weiter. Wir könnten alle möglichen Dinge aufzählen, die dysfunktional sind. Aber es ist einfach äußerst dysfunktional. Und selbst diese Gangs bekämpfen sich ständig untereinander. Die Gangs sind instabil. Sie kämpfen darum, wer der Anführer der Gang ist. Also bringen sie sich auch noch gegenseitig um. Aber wenn sie sich dann mit einer anderen Gang auseinandersetzen müssen, tun sie sich dazu zusammen, führen ihren Kampf und teilen die Beute unter sich auf. Und dann fangen sie wieder an, gegeneinander zu kämpfen. Ihr Leben ist also ein ständiger Kampf untereinander. Entweder mit dem Feind oder mit sich selbst. Es ist eine ständige Auseinandersetzung. Ein ständiger Kampf. Und die Anführer der Gang bekommen das ganze Zeug. Und die Gangmitglieder am unteren Ende machen die ganze Arbeit. Genau wie wir hier. Es ist eine Hierarchie. Okay, und nun, nach zehn Jahren, schauen wir uns an, was die beiden Gruppen gemacht haben. Was glauben Sie, welche von beiden hat sich mehr zu einer funktionierenden Gesellschaft entwickelt, die daran arbeitet, ihre Entropie zu verringern? Und welche ist voller Dysfunktion, hoher Entropie, Lärm, Gewalt und Dinge, die nicht gut funktionieren? Nun, das ist einfach. Die Liebesgruppe ist kooperativ. Sie kümmern sich. Sie bauen Dinge auf. Wenn jemandem seine Scheune abbrennt, kommen alle zusammen und bauen die Scheune wieder auf, was nur ein paar Tage dauert. Sie kümmern sich umeinander. Sie sehen also den Unterschied. Wenn man zusammenarbeitet und füreinander sorgt, und wenn es um andere geht, optimiert das, was die Menschen tun können. Können Sie den Zusammenhang aufzeigen, wie der Materialismus zu einer angstbasierten Gesellschaft führt? Sicher, aber lassen Sie mich das noch zu Ende bringen. Es ist also eine angstbasierte Sichtweise. In einer wirklich fürsorglichen, liebevollen Gesellschaft kümmert sich jeder darum, dass alle anderen die Möglichkeiten und Vorteile haben, die sie sich wünschen, verstehen Sie? Ich möchte also keine Gräben ausheben. Ich möchte Gehirnchirurg werden. In Ordnung. Sind Sie dafür qualifiziert? Könnten Sie das tun? Gut. Werden Sie Gehirnchirurg. Wir werden jemanden finden, der gerade etwas anderes macht und ein wenig Training braucht. Und wir werden ihn dazu gewinnen, uns bei dem Graben zu helfen. Oder wir besorgen uns eine Maschine, die den Graben aushebt. Wir finden eine andere Lösung. Denn wenn es wirklich darum geht, dass sich um alle anderen gekümmert wird, gibt es niemanden, der die Drecksarbeit machen muss. Jeder versucht, das Beste für jeden anderen zu erreichen. Sie haben maximale individuelle Freiheit, maximale Wahlmöglichkeiten. Es gewinnt quasi jeder. Wenn Sie mit dem, was Sie tun, unzufrieden sind, brauchen Sie nur zu sagen, dass Sie mit dem, was Sie tun, wirklich unzufrieden sind. Und das System wird sich ein Bein ausreißen, um Sie glücklich zu machen und etwas zu finden, das Sie gerne tun. Denn das ist die Natur eines Systems, das sich um Sie sorgt. So funktioniert es. In diesem System könnten Sie also dienstags, mittwochs und freitags Gehirnschirurg sein. Und montags, donnerstags und samstags heben Sie die Gräben aus oder arbeiten auf der Ladefläche eines Müllwagens. Einfach, weil es Ihnen Bewegung und frische Luft verschafft und Sie fit hält. Jetzt können Sie das nicht tun. Jetzt sind Sie gewissermaßen in Ihrer Box und müssen in Ihrer Box funktionieren. In solch einer Gesellschaft haben Sie also mehr Freiheiten, Dinge zu tun. Deshalb ist es offensichtlich, dass in einem sozialen System, das wir als Bewusstsein haben, Liebe die beste Lösung zur Optimierung dieses sozialen Systems ist. Und Angst ist so ziemlich die schlechteste Art, um eine Familie zu führen. Wissen Sie, eine Familie voller Angst funktioniert nicht besonders gut zusammen. Alles, was voller Angst ist, funktioniert nicht gut zusammen. Und niemand ist glücklich. Jeder muss Dinge erledigen, die er tun muss, weil er Angst davor hat, was passiert, wenn er es nicht tut. Da gibt es viel weniger freien Willen, weitaus kleinere Entscheidungsräume. Das ist also die Logik dahinter. Und es ist eine einfache Logik. Wenn Sie das mathematisch ausdrücken könnten, wenn Sie beides darstellen könnten, könnten Sie ein mathematisches Modell daraus machen. Und Sie würden sehen, dass es immer auf diese Weise herauskommt. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass es sich um eine virtuelle Realität handelt und wie uns dies dazu führt, dass Liebe die Antwort ist. Nun, die Basis virtueller Realität läuft darauf hinaus, dass Bewusstsein der Computer ist. Bewusstsein ist ein soziales System. Liebe ist die Antwort, sehen Sie. Das ist also quasi das, worauf die Logik hinausläuft. Wenn diese eine virtuelle Realität ist, muss sie irgendwo berechnet werden. Der einzige vernünftige Ort, an dem sie berechnet werden kann, also wenn dies eine virtuelle Realität ist, bedeutet das, dass wir Avatare sind, richtig? Das ist es, was es bedeutet. Wir sind Avatare. Unsere Körper sind lediglich Zahlen in einem Computer. Nun, wenn das der Fall ist, wer trifft dann diese Entscheidung? Zahlen in einem Computer treffen keine Entscheidung. Irgendetwas trifft eine Entscheidung. Wie schlau muss man schon sein, um zu erkennen, dass Bewusstsein die Entscheidung trifft, oder? Und das bedeutet, dass Bewusstsein der Computer ist. Denn in der Realität, in der die virtuelle Realität berechnet wird, brauchen sie zwei Dinge. Sie brauchen einen Spieler und einen Computer. Genau wie bei World of Warcraft müssen sich der Spieler und der Server in derselben Realitätsebene befinden. Nämlich in dieser virtuellen Realität. Denn der Spieler und der Computer müssen sich unterhalten. Sie tauschen Daten miteinander aus. Die virtuelle Realität ist lediglich das visuelle Erscheinungsbild, das damit einhergeht, mit diesem Datenaustausch. Also müssen sie sich auf derselben Ebene befinden. Und damit sie sich auf derselben Ebene befinden können, müssen sie quasi aus dem gleichen Material gemacht sein, richtig? Sie sind Bewusstsein. Die Tatsache, dass Bewusstsein der Computer ist, ist also nicht schwer zu verstehen. Es ist nur ein kleines bisschen Logik. Und dann wissen sie, dass Bewusstsein ein soziales System ist. Und sie wissen, dass sich soziale Systeme durch Fürsorge und Liebe optimieren. Das ist also eine logische Konsequenz daraus. Die Menschen werden sich dagegen wehren. Weil es nicht unbedingt so läuft, dass die Menschen mit Macht in diesem Szenario die Macht auch behalten. Es wird also eine Menge Unruhe geben. Aber es wird dorthin führen. Es ist zu offensichtlich. Und es gibt keine andere logische Lösung. Es gibt nichts anderes, das funktioniert.